Hey, wusstest du schon, dass du Vorhänge und Gardinen in unseren Filialen und unserem Online-Shop ganz einfach in deinen Wunschmaßen bestellen kannst? Wähle als erstes den passenden Stoff aus. Klick anschließend auf den Konfigurieren-Button, wähle den Artikel, aus dem du gestalten möchtest und suche dir dann eine Aufhängung aus. Nun gibst du einfach die Menge an Vorhängen ein, die du gerne angefertigt haben möchtest und anschließend die gewünschten Maße. Und schon werden deine neuen Vorhänge für dich angefertigt. Ein kleiner Hinweis, natürlich kannst du auch gleich die passenden Kissenhüllen dazu erstellen.